Musik Hallo Hi Was geht? Ja, äh... Hi, äh, wir sind zurück mit einem Vlog, unser erster und, äh... Dabei ist das gar nicht unser erster Vlog. Unser erster Vlog war das erste Video. Diesmal geht es halt darum, dass wir erstmal sagen, ja, warum, äh, wir jetzt erstmal keine Videos kamen, weil wir halt im Praktikum waren und, äh, da halt kaum Zeit hatten dafür, weil wir halt im Stress waren und, ja, das Arbeitsleben kennengelernt haben. Ja, ich war in letzter Zeit nicht dabei, weil ich insgesamt eine Minute länger arbeiten müsste als die beiden da hinter mir. Und dann dachte ich mir so, ne, das ist zu anstrengend. Was schaffen die schon ohne mich? Ja, und, äh, demnächst werden wieder mehr Videos von uns kommen, weil wir haben ja jetzt auch Ferien, ne? Und, äh... vielleicht ist es euch schon aufgefallen, wir besitzen auch die Fähigkeiten aller Vlogger, wir können uns teleportieren, aber das ist sogar... ohne zu sprechen möglich. ... ... ... also zu oft... ... solltet es mal nicht machen, Nein, zu oft nicht! Oh